Der ehemalige Kartoffel- und Getreidebauer Hans hat sich dieses Jahr entschlossen in den Gemüseanbau rüber zu wechseln. Und hier sehen wir das Resultat. Im Laufe des diesjährigen recht regnerischen Sommers soll noch an der Hofeinfahrt gleichzeitig die Ortsdurchfahrt des Ortes Ergelsdorf ein kleiner Hofladen entstehen, in dem dieser Kopfsalat und diese Kohlrabi verkauft werden können.